Weißt du was? Ich löse das jetzt auf. Weißt du was? Was denn? Ja? Ich hasse dich. Oh mein Gott. Yo Leute! Genau, Freunde! Daumen und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Leute, heute muss ich einmal ganz kurz am Anfang was sagen. Und zwar gibt es heute eine Folge Minecraft Propan, was ich so oft in den letzten Folgen gewünscht wurde. Heute aber mit einem besonderen Ereignis. Und zwar versuche ich heute, Logo zu showen. Und zwar haben Michelle und ich jeweils den gesamten Account getauscht. Das bedeutet, ich spiele Michelles Account und Michelle spielt mich. Das heißt, wir müssen sehr viel schauspielern. Leute, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Lasst euch einfach überraschen. Wenn ihr mehr Propans sehen wollt, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir springen ins Game. Bis gleich, viel Spaß, haut rein und bis gleich. Logo, schüttzer, hey ho. Hoi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Propan. Und das kann ich natürlich nicht alleine. Deswegen habe ich Michelle, Hattie und Stilex dabei. Und ihr wisst, was zu tun ist, wenn ihr bald nochmal eine Folge Propan wollt. Seid mit fetten, logischen Daumen nach oben durch. Und ich würde sagen, wenn wir auf diesem Part hier den logischen Daumen nach oben knacken, gibt es bald nochmal eine Folge Propan. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Äh, wer fängt an? Hattie ist die Einzige, die ihren Namen anhat. Du hast ihn auch an. Aber ich würde sagen, Hattie fängt an. Ja, oder Michelle fängt an. Nein. Doch, Michelle fängt an. Ich finde, dass Michelle anfangen sollte. Ich bin für Hattie. Wir hatten jetzt so eine lange, wirklich so eine lange Produktionssession. Da kann doch Michelle mal anfangen. Nein. Können wir nicht Schere, Stein, Papier machen? Dann spielt Stein, Schere, Papier. Okay. Okay. Das ist die erste Steinschere-Papier-Runde seit langem. Die Regeln dieser uralten Tradition müssten allen hier Anwesenden bekannt sein. Alle bereit? Drei, zwei, eins. Michelle, du hast gewonnen. Was? Oh. Können wir uns verstecken? Ja. By the way, übrigens den Zaun hier haben wir nochmal neu gebaut. Ja, okay. Können wir uns verstecken? Ja, los. Okay, let's go. Michelle? Ja? Stecken wir uns zusammen? Ja. Wo seid ihr? Habt ihr gutes Besteck? Nee. Was macht ihr? Michelle, hör auf zu rutschen. Oh Gott, Michelle. Ist das dein Ernst? Okay, hier gibt es zwar keinen Counter, aber wir sollten uns jetzt langsam mal verstecken. Oh, Michelle hat eine Idee? Ja. Oh. Was? Was soll das? Ich hab kurz da ein bisschen Damage bekommen. Also ich bin versteckt. Okay. Aber wir spielen Prop Hunt, ja? Ups. Okay, also ich bin getarnt. Ich brauch noch einen Augenblick. Okay. Oh, Michelle, nein. Was denn? Okay, wir sind auch versteckt. Okay, Hattie? Darf ich los? Ich würde sagen, ja. Oh, Hattie? Ja. Wen findest du zuerst? Dich? Dich? Okay. Wollte nochmal kurz anmerken. Ich hab auch Gefühle, ja. In jeder Folge werde ich, weil es ist... Nee. Es tut weh. Voll leise. Haben wir neue Entities? Wie? Nein. Es ist immer noch gleich. Warum ist alles so ruhig? Ihr seid so kacke, ne? Wie kommt man da rein? Michelle. Ja. Wie komm ich da rein? Äh, keine Ahnung. Du kommst da gar nicht rein, okay? Du kommst da nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Das ist so. Lauf dir da gar nicht. Oh mein Gott. Hattie, sind wir dir ernsthaft entkommen? Ich bin zu klein. Ich seh nichts. Oh, Hattie. Du bist zu fett. Warte mal. Warte mal. Wir machen das jetzt anders. Hattie macht sich jetzt ganz groß, wollen wir wetten? Ja, Hattie. Kurz mal in die Höhe geschossen. Jetzt geht's. Oh, Hattie, wie das aussieht. Was denn? Hey, Michelle? Ja? Man muss schon sagen, wir sind Meister des Versteckens. Sie hat uns gefunden. Wieso denn kommt? Ja, wenn ihr euch das Kacke versteckt, dann... Wenn du so Kacke bist, dann das Versteck mich enttäuscht. Ja. Logo ist mir zu still. Alex, wo seid ihr seht ihr? Wo bist du? Hüpfst du? Warte, ich hüpfe mal kurz. Seht ihr mich? Seht ihr mich? Ich glaube, ich sehe nicht. Ich glaube, ich sehe nicht. Wo bist du wohl? Kann jetzt nicht. Oh nein, meine Mann saugt jetzt hier Staub. Oh ja, damit könnte ich da auch mal anfangen. Hier. Na, mal ein bisschen den Boden saugen. Ein bisschen unter die Küche hier. Jawohl. Okay. Alles klar, Digga. Alex, ist alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut. Ja, hast du mich schon gesehen? Hast du mich gesehen? Ich glaube, ich habe dich gesehen. Warte, warte, warte. Warte, warte, ich springe mal hier. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht sehe. Warte. Okay, nee, ich habe dich doch nicht gesehen. Ich dachte... Oh. Nein, ist das einer? Das kann doch nicht sein. Was denn? Wer ist das da unten bei den Obstkörben? Es ist keiner bei den Obstkörben. Hä? Echt so? Nein. Nein, 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 wirklich nicht. Serious, wirklich nicht. Ja, hä? Habt ihr sich aber gerade so bewegt? Ich glaube, es war ein Fehler. Hätte ich suchen zu lassen. Warum war es ein Fehler? Na ja, Hall of Shame und so. Na halt, Scheiße. Was ist selbst drin? Ähm. Ähm. Ja, Game Mode. Wer ist hier im Game Mode? Äh, äh, ja, ich habe dich. Ich habe dich. Oh, nein. Wer ist das? Ist das Michelle oder ist das Stylix? Ach, was denkst du? Keine Ahnung, ihr seid beide doof. Ist halt aber halt wirklich so. Enttarnt euch. Oder nicht, du. Ach, Michelle. Michelle war da als erstes gefunden. Yeah. So, Michelle, du weißt bestimmt, wo Stylix ist, ne? Ähm. Du wirst mich niemals finden. Also manche merkt man schon echt, dass ihr Zwillinge seid, ne? Was? Niemals. Hä? Ist das der? Das ist dein, ey. Echt? Ich bin das nicht. Doch. Ich bin das nicht. Du bist so schlimm. Hattie, du bist selber schlecht. Ja, guck dich doch mal an. Ja, Leute. Habe ich jetzt gewonnen? Nein. Ja. Na klar. Warum? Ich wurde doch nicht getippt. Ich habe kein Plan, wo du bist. Ich habe das Stylix doch vorhin sogar gezeigt. Aber ich habe es nicht gesehen. Ich dachte, du bist ein Rabbit. Ich dachte, du bist der Rabbit hier im Gehege. Weil der ab und zu gehüpft ist. Da dachte ich, du wärst das. Nein, ich bin jetzt beim Kran unten. Beim Kran? Ja, na klar. Bist du das scheiß Schaf da oben? Eventuell. Michelle, ab in die Ecke. Ab in die Ecke. Ich, 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 laufe da jetzt. Komm schon. Hallo. Okay, gut. Können wir uns verstecken? Ja. Okay, let's go. Michelle. Wie bist du denn mit Ankündigung als erstes? Ich. Ey, was soll denn das jetzt? Hasse mich. Was? Nein. Oh, triggered. Was ist denn in dich gefahren? Weiß ich nicht. Das ist hart. Das verletzt mich. Weißt du das? Boah, ich weiß hier die ganze Zeit gerade was rum. Was? Boah, Aggression. Lass doch deine Aggression an irgendwer da am Hause. Dann leg ich auf mich, okay? Ich bin eigentlich voll der nette Typ, ja. Natürlich. Na klar. Alle versteckt? Ja. Gut, dann kann es losgehen. Michelle, du kannst suchen. Niep. Habe ich da wieder einen Hund gehört? Michelle. Deine Mama. Das ist nicht meine Mutter. Was ist denn? Hm? Was ist denn? Meine Schwester. Was? Ähm. Als ob du mich nicht gesehen hast, Michelle. Ich schwöre, ich hab dich gerade geschlagen, Michelle. Ähm. Nein. Ich seh euch nicht. Ich bin irgendwo am Rand der Map schon wieder. Ich hab Michelle nicht mal losrennen sehen. Du Cheater. Echt so? Wieso? Vielleicht gewinne ich ja wieder wie vorhin. Michelle, ich bin das nicht. Hi. Ich bin das nicht, Michelle. Okay. Du warst so scheiße versteckt. Komm, ich hab richtig gechallenged. Dann können wir zusammensuchen. Ihr werdet mich nicht finden. Ich bin ja nicht. Warum hat Logo immer so krasse Verstecke? Weil ich die Web vielleicht vor der es umgebaut habe? Nein, daran liegt es nicht. Nee, andere. 100% andere Gründe. Wie läuft es bei euch so? Alles gut? Mir geht es super. Das ist das Mindeste. Ja, danke. Danke. Wenn Logo uns nicht sieht, wo ist der denn dann? Hey Leute, wie könnt ihr mich hier nicht sehen? Ich stehe einfach direkt am Anfang. Nein. Nee. What the fuck, Michelle? Was? Alles gut, okay. Ich hab gerade Paras gehabt. Was ist denn passiert? Hä? Michelle, bist du im Game Mode? Ich bin echt nicht im Game Mode. Was machst du denn? Weiß ich nicht. Michelle, spring mal irgendwo runter, dass du Damage bekommst. Ähm. Hier. Ey, sie ist echt nicht im Game Mode. Hä? Logo sagt jetzt ganz am Anfang. Ich bin wirklich ganz am Anfang von der Map. Ey, das kann doch nicht sein. Jetzt wissen wir alle, warum du in der Hollow Shame bist. Ja, deswegen bist du in der Hollow Shame. Hallo, Michelle muss suchen, ja? Nicht ich. Hä, du suchst mit. Aber du bist auch kein guter Support, muss man sagen. Echt so? Ja, du wärst kein besserer Support, okay? Doch. Siehste mal. Merkst du was? Oh Mann. Michelle, kannst du dich jetzt mal ein bisschen anstrengen hier? Räng du dich doch an. Ich kann halt, ich tue mein Beste jetzt. Du rennst mir nur hinterher. Ja gut. Vielleicht ist das das Beste. Michelle, die sind doch safe irgendwann im Berg. Logo sagt am Anfang, aber ich weiß nicht. Ja, Logo sagt viel, wenn der Tag lang ist. Ey. Der Tag ist aber kurz. Kannst du sagen, dass ich falsche Tatsachen behaupte? Ähm, ja, das kann man durchaus so beschreiben. Irgendwo als Silberfisch sind die doch hier in der hintersten Ecke. Das kann gut sein, na klar. Ja, vielleicht. Aber ich hab euch gesagt, dass ich am Anfang stehe. Und damit werde ich euch ja wohl nicht verarschen. Ja. Doch, ich mein das Vollernte. Ich stehe am Anfang. Du meinst das Vollernte? Ich mein das Vollernte. Michelle, ich laufe dir wirklich nur hinterher. Ach, Mann. Nein. Was? Ich sehe da hinten so eine Kuh. So am Horizont. Nein, also weit out of the map sind wir nicht. Ach, weit nicht? Nee, also ich würde niemals weit out of the map gehen. Wer ist die Kuh da hinten? Niemand von uns. Ich schwöre dir auf alles, ich bin auf der Map und ich stehe straight am Anfang. Am Anfang, ja? Am Anfang, ja. Am Anfang. Am Anfang. Leute, ihr seid so still, das muss jemand sein. Nein, das ist wirklich nicht. Wir sind das wirklich nicht. Wirklich? Nein. Da wird wieder getippt, weißt du? Ich muss doch Hattie mal kurz schreiben. Ja, 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 ja. Am Anfang. Am Anfang. Am Anfang. Was ist das für ein Tipp? Am Anfang. Am Anfang der Map? Weil dann wär's oben. Ja, am Anfang der Map. Woher willst du festmachen, wo der Anfang liegt? Ich leg daran fest, wo der Anfang von Prop Hunt ist. Michelle, sei es okay? Michelle ist ab und zu so richtig schnell, ab und zu, also das, was ich vorhin gesagt hatte. Ist es jetzt besser? Ich glaub schon. Ah, Michelle. Oh! Ich hab was gefunden. Was? Ein Hühnchen. Hühnchen bitte ich nicht. Hattie. Oh, Hattie. Hä, was? Ich stehe hier auf keiner mehr drohen. Hä, bist du nicht das Hühnchen? Nee. Was? Also ich bitte auch nicht. Hä? Hä? Ich schwöre, das Hühnchen hat so safe normale Sounds. Das Hühnchen stirbt nicht. Wie ist denn der Ratsch so dumm, Alter? Hattie, war das gerade eine Beleidigung? Was für eine Beleidigung? Irgend Hühnchen. Ja. Warum muss ich jetzt an Ohio Fried Chicken denken? Oh Mann, nein, Stylings. Eine Ewigkeit später. Michelle, in der letzten Folge waren die hier oben auf dem Berg. Ja, aber ich glaub nicht, dass die da hochgegangen sind. Nein. Wir sind nicht out of map. Ich kann euch nämlich sehen, wie ihr out of map geht. Ich stehe in der Map und sehe, wie ihr out of map geht. Wir sind nicht out of map. Deine Ex? Ja. Warte mal. Warte, ich muss sie uns zeigen. Das ist nicht lustig. Was macht ihr? Oh mein Gott, wo bist du denn jetzt? Was macht ihr? Jetzt bekomme ich auch diese Effekte. Ich schwöre, ich hatte gerade für zwei Sekunden Speedboost. Ja, was macht ihr denn? Ne, jetzt mal, jetzt mal off topic. Michelle, bekommst du die ganze Zeit auch diese Effekte? Geh doch einfach mal aus dem Game Mode raus. Die Map hier haben wir irgendwo runtergeladen. Das ist einfach nur so eine, so eine Buildmap. Nein, nein, nein. Wir bekommen die ganze Zeit. Michelle hat jetzt zum Beispiel Vergiftung. Ich hatte eben Jumpboost und Speed. Ist das ein Troll hier? Nein. Logo, ist das hier ein Troll? Nein. Logo, das ist nicht, ist das ein Troll? Das meine ich wirklich zu 100% serious. Das ist kein Troll. Komplett off cam. Wirklich, komplett. Komplett off topic. Wir stehen in der Map und spielen normal proppern. Ich weiß nicht, was los ist. Wir stehen wirklich normal auf der Map. Ich weiß nicht, wieso du mich nicht findest. Sagst, dass ich mich out of map verstecke. Ich stehe wirklich in der Map. Ganz normal. Stilex, ich schwöre wirklich auf alles, dass ich normal auf der Map stehe. Ja, ja, ich frag dich ja nur, ob du irgendwas mit den Effekten zu tun hast. Nein. Wir haben vorhin nur normal die Map umgebaut, Stilex. Also. Bist du vielleicht irgendwo draufgekommen oder aus der Map rausgerannt oder sonstiges? Nein, die kommen immer ab und zu. Bist du vielleicht noch ein Game-Motion? Nein, ich bin nicht im Game-Motion. Ich schwöre. Wer ist das? Was für Geräusche? Ey. Ey, das Schweinchen rennt weg. Wer ist das? Hattie? Logo? Ich bin's nicht. Logo, Hattie? Pess. Ich bin's nicht. Pess. Logo, Hattie, Hattie. Logo. Ha, ha, ha. Ich bin's nicht. Hattie, entahn nicht. Bitte na. Man hat die Regeneration. Ich glaube, ihr geht so langsam auf besten Wege Richtung Hall of Shame. Aber, ey. Ey, nie. Enttahn dich, Hattie. Hä? Ich hab doch gesagt, ich laufe als Kuh rum. Wenn ihr so dumm seid und ein Schwein jagt, das ist nicht mein Problem. Ey, das Schwein ist schön. Ey, ich hab den Troll durchschaut. Du bist der letzte Loser. Logo? Alter, Logo. Logo, du hast die ganzen Mods, die gerade im Channel waren, hier unsichtbar auf dem Server verteilt. Und die geben uns die ganze Zeit die Effekte. Du bist so ein Low. Hä? Das ist das... Du bist so ein Low, Logo. Drück doch mal, drück doch mal Tab. Da ist niemand. Ja, ja. Wer soll dir denn Effekte geben? Nein, nein. Es gibt doch diesen Spectator-Mode. Logo, du bist absolut Low. Hier ist niemand im Spectator-Mode. Absolut. Logo. Absolut. Absolut Low. Hier ist niemand. Nein, 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 nein. Du bist sowas von Low. Nein. Digga, hier ist niemand im Spectator-Mode. Komplett. Ja, 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 ja. Ich hab jetzt schon... Hier ist niemand anders außer uns auf dem Server. Ich schwöre... Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Lös auf, Logo. Lös den Troll auf. Vielleicht kannst du sogar alle Spieler durchtappen. Gib einfach mal ein und tipp dann. Also tipp L und tipp die Namen durch. Da ist niemand auf dem Server, Stadix. Ich schwöre. Wir sind auch nicht auf Map oder sonstiges. Ich stehe normal auf der Map. Genauso wie Hattie. Alter, ich weiß nicht, was mit dir abgeht. Aber wir sind normal auf der Map. Jetzt hab ich schon wieder Blindness. Ich versteh's nicht. Jetzt ist mir schwindelig. Wie, der ist schwindelig? Geht's dir gut? Es ist halt nicht lustig. Hä, dann würdest du, würdest dir, wenn dir jemand was zuwirft. Ich wurde gerade gekillt. Hä? Hä? Ich... Killed... Killed by Magic. Logo. Ja, aber wenn dir jemand... Logo. Jetzt hör mir mal zu. Wenn dir jemand unsichtbar einen Trank zuwerfen würde. Nicht! Über die Konsole! Wer hat denn Konsole in Zugriff? Das ist mein Root! Alles gut! Ist klar. Ey, du kannst nicht... Du kannst mich nicht mehr schoen. Ich hab den Stuhl durchschaut. Hier ist niemand. Stylex, niemand. Jetzt hab ich sogar noch Speed. Stylex, wie wär's, wenn du jetzt langsam die Scheiße über Seilest und mich suchst und vielleicht auch bindest? Würde ich ja gern. Ich... 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 Kann nicht. Ich hab jetzt hier Speed 35 und lauf durch die Gewälde hier. Ich kann doch nicht mal springen. Es ist absolut nicht lustig. Hä? Ich weiß nicht. Wieso... Wieso du da so eskalierst? Jetzt hab ich Jump Boost. Ich bring gleich Daumen. Darf ich... Jetzt hab ich wieder... Es ist nicht lustig. Ey, ich range gleich. Loco, ich raste gleich aus. Loco? Ja? Löst bitte auf. Was soll ich auflösen? Löst bitte auf! Mann, warum raste ich denn so? Es ist absolut nicht lustig. Es ist halt nicht lustig. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Auf Topic. Es ist halt auch überhaupt nicht lustig. Aber es ist halt auch kein Prank. Wir machen halt nichts. Ich stehe wirklich seit Anfang der Runde, seit du suchst in meinem Versteck. Wie auch in der ersten Runde. Du kannst das gerne in meiner Aufnahme sehen. Ich bekomme die ganze Zeit Effekte. Ich glaub das nicht. Ich weiß nicht, was du mit deinen Effekten da hast. Wenn du irgendwelche Effekte von der Konsole kriegen solltest, kriegst du eine Benachrichtigung. Ja, da steht doch, dass du was bekommst. Leute, wie sollen wir jetzt wieder spielen? Was macht ihr denn? Wir kommen nicht mal auf die Map. Wir sind ja gestorben. Wir sind irgendwo. Wir bekommen die ganze Zeit Effekte. Ja, wo ist denn Hattie? Hattie steht doch unten auf der Map. Aber wir können uns doch nicht zu Hattie tippen. Dann wissen wir ja, wo sie ist. Dann müsst ihr euch die Augen zu halten. Dann Hattie teleportiert. Ich halte mir jetzt ernsthaft die Augen zu. Ja, dann halte doch. Nein, ich möchte das nur kurz für die Leute sagen. Ich hau. Ja, ich halte die Augen zu. Ja, jetzt Michelle auch Augen zu halten. Hattie teleportiert. Tippet mich. Tippet mich. Super. Tippet mich. So, Hattie. Und Michelle noch. Und dann darf Hattie weglaufen und ihr könnt nochmal weitersuchen. Okay, tippe mich, Hattie. Soll die beide da? Kann ich schlecht sagen, wenn ich nicht hingucken darf. Hattie, teleportiert doch beide. Ja. Hattie braucht ein bisschen länger. Oh, Hattie braucht eine halbe Ewigkeit zum teleportieren. So. So, Hattie darf sich jetzt verstecken und dann geht es nochmal weiter, okay? Es kann weitergehen. Und ich habe schon wieder Speed. GG. Nio. Leute, wenn ihr mich seht. Oh, Michelle, Alter, du gehst richtig ab. Könnt ihr das sehen? Nee. Also kommt ganz aus der Mette. Yo, Michelle, Jampus. Was macht ihr denn? Das muss auf die Mette gehen. Hier gebt ihr euch doch sicherlich irgendwie absichtlich. Ja, Logo. Nee, jetzt mal, jetzt mal serious, bitte. Ja. Du bist die ganze Runde so still wie noch nie zuvor. Weil ich die ganze... Nein, lass mich bitte... Lass mich bitte ausreden! Lass mich bitte weiterreden, okay? Ja, red weiter. Red weiter. Du hättest, wenn das hier kein Prank war, hättest du schon vor einer halben Stunde gesagt, dass wir mit den Sch***-Effekten einfach aufhören sollen, weil wir uns auf die Aufnahme konzentrieren. Das hast du aber nicht getan. Ich seh eure Effekte doch nicht. Ihr seid jetzt einmal gestorben und erzählt mir von irgendwelchen Effekten. Was ist, wenn ihr mich prankt? Ey, nein. Ja, dann guck dir doch Michelle mal gerade an, wie die hier durch die Map pust, Alter. Ich steh euch da hinten nicht. Ich steh am Anfang. Michelle ist am Anfang jetzt. So, ja, jetzt beweg dich mal. Michelle hat Slowness wahrscheinlich. Kann den kippen. Also, für mich steht er normal. Hä, also, für mich lauft er normal rum. Ihr prankt euch doch. Ja, ja, warte. Ja, sei nicht, ganz ehrlich, ich hab's gecheckt. Hört doch einfach auf. Ihr gebt euch irgendwelche Effekte. Ja. Ja, klar. Guck jetzt. Guck, Michelle. Guck, Michelle. Guck, Michelle. Jetzt passen wir nicht mehr drauf rein. Ihr gebt euch... Ja! Es ist nicht lustig, Mann! Ganz ehrlich, Mann. Jetzt mal, also Off-Topic. Wir können doch damit jetzt... Jetzt mal Off-Topic. Jetzt mal Off-Topic. Das kannst du. Nee, jetzt hab ich wieder Schaden bekommen. GG. Oh, keine Effekte gerade. Ja, dann hör doch mal auf, die dir zu geben. Ja! Spiel normal, Stylex. Hä? Aber warum würdest du mir das geben? Ja, weiß ich nicht. Ihr verarscht uns vielleicht. Mich und Hattie. Weil Hattie... Ja, danke für Poison. Wer auch immer das gerade getan hat. Dann würden wir euch anders irgendwie pranken oder so. Hä? Ja. Logo, ganz ehrlich, das ist unterste Schublade. Dass du diesen Ver... ...prank mich auflöst, ja? Was soll ich denn für ein Prank auflösen? Verdammte Kacke nochmal. Guck es dir bitte an. Guck es dir an. Wie Michelle hier durchpest. Jetzt kommt sie ja nicht raus, weil sie keinen Jump mehr hat. Ja, dann gibt es doch nicht diese Effekte, über die ihr... Mein Gott, ich geb' mir keine Effekte! Stylex! Beruhig dich! Und gib dir keine Effekte mehr! Ey, wenn du das jetzt noch... Wenn du das jetzt noch einmal sagst... Ohohoho! Stylex! Ich... 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 Ich mach gleich ein Ratchet. Hör auf, die Effekte zu geben. Ohohoho! Ich... 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 Oh man... Oh... Oh... Ich muss aber noch nicht mitlassen. Ist Stylex jetzt wirklich weg? Ich... 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 Oh mein Gott! So... Weißt du was? Ich... 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 Was möchtest du denn auflösen? Soll ich dir auflösen, dass ich euch die ganze Zeit hab Effekte reinfrügeln lassen? Und ich... Weißt du was das verdammt trauriger an dem ganzen Prank ist? Was ist denn das traurige an dem Prank? Dass ich ihn vor 30 Minuten schon durchschaut hab. Und du einfach nur um mich abzufacken, ja? Einfach nur um mich abzufacken! Dich die ganze Zeit durchgezogen hast! Ja... Ich hab den halt serious genommen. Ich weiß nicht was bei dir ging, aber... An dieser Stelle... Gelbe Karte an Logo. Wie gelbe Karte? Ja... Möchtest du mich dann jetzt irgendwann auch mal finden? Michelle hat wieder Effekte. Äh... Ich durch! Hattie, du kannst auch schön mal das Maul halten, ne? Die Sache ist... Logo, Logo, du musst wissen... Ja? Ich frag Hattie vor der Folge-Exlog in TS, ja? Ob Logo mich prankt. Vielleicht weiß ja Hattie davon auch nicht. Ja, das kann... Ja, nee. Wieso, was hattest du denn vor? Wolltest du mich pranken, hä? Nein, ich wollte nur wissen, ob du mich prankst, weil du die ganze Zeit mit Hattie und den ganzen anderen Mods in einem Channel warst. Nein. Nein! So wie du vielleicht versuchst mich zu pranken. Es hat einfach keinen Spaß mehr. Ich fand's lustig. Ich stand 20 Minuten da und hab mir übelst einen abgefeiert. Freu dich auf zukünftige Hattie-Zieg-Folgen, wo du vielleicht einfach mal Feuer fängst oder... Weiß ich nicht, aber das wird ganz geil, ja. An dieser Stelle, an jeden Zuschauer, ich möchte hier nochmal ganz kurz erklären, Prank Wars beginnt ab jetzt. Oh mein Gott. Ihr könnt euch drauf gefasst machen, Prank Wars fängt jetzt an, das wird ein Nachspielabend-Logo. Oh mein Gott, Hattie stehst du da schon die ganze Zeit? Oh mein Gott, das ist traurig. Ich lass die mal suchen, ich lass die mal suchen. Ab auf die Couch, ich hab keinen Bock mehr. Okay, das war heute kein Bock mehr hier auf die Scheiße. Bye, have a great time. Yo Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe natürlich zutiefst, dass es euch gefallen hat. Leute, dass das Video so eine Verhandlung nimmt, das hätte ich nicht gedacht. Aber Leute, ich kann euch jetzt einmal nur noch mal eins sagen. Prank Wars ist verdammt nochmal real. Logo wird seine gerechte Strafe dafür brauchen. Auf jeden Fall schreibt mal Vorschläge, wie ich Logo pranken kann. In die Kommentare. Damit wir das Ganze noch ein bisschen verfeinern können. Und auch den ein oder anderen Troll erfolgreich durchziehen können. Leute, freut euch auf die nächsten Folgen. Minecraft Prop Fund. Das war's von mir. Schaut auf meinem Instagram vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir euch bald wieder. Hau da rein! Und ciao! zuhtkung. Vielen Dank.